Und sie kommt aus England. Natascha Wintzer. Natascha Wintzer. Aus England, welcome. Welcome here in the Stadion. Herzlich Willkommen auf den letzten Meter. Natascha, Natascha. Rieselgroßen finischer Applaus auf den letzten Meter. Kommt sie da rein. Rieselgroßen Applaus für Natascha Wintzer. Congratulations. Woman of the day. Let's begin, When. Auf geht's, When. Wir haben die Kürte nochmals eine Siegerin bei der Vorweiger Meisterschaft in der Kategorie Weide 55. Wir haben die Kürte nochmals eine Siegerin in der Kategorie Weide 55. Sie ist ins Ziel gekommen, gerade vor kurzem. Rauf zu mir auf den Bühneapplaus für Daniela Walsbrucker! Bravo! Rauf ganz nach oben! Super Daniela! Sensationell Bein! Bei dir scheint schon wieder die Sonne! So ein toller Tag heute! Sparkasse der Ländermarathon! In der Früh war es noch ziemlich nass! Und dann, wie letztes Jahr, ist die Sonne rausgekommen! Unglaublich! Megaschön! Martin Schneider, bitte schön langsam nach Hause gehen! Sensationell! Großer Klaus für Daniela Walsbrucker! Turnerschaft prägt statt! Prima! Ja! Auch Finisher! Jetzt ist's! Mike! Wir schauen raus! Bei der Sparkassenwanne! Jeter Ahoi! Das ist unglaublich! Kommt hier reingelaufen! Schauen wir mal wer das ist! Damit wir gleich mit Namen anfeuern können! Es ist ein Oberösterreicher! Hubert Rindberger! Mega Hubert! Super! Durchziehen! Finisher! Bei diesem Marathon! Ein Oberösterreicher! In Kürze! Bei uns im Ziehen! cybersecurity Töne! So war Hubert! 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 Hibert! Hubert! Hubert! Estatale! Wir gratulieren zum Sieg hier bei Madagascar. Der Hund ist schon ab, freut sich stark. Das sind Fehler. Jetzt sind die Rindwerkers wieder bereit. Da freut er sich. Wer freut sich mehr, Hund oder Herrchen? Beide. Der Hund musste 6 Stunden 24 warten. Solche Freude habe ich noch nicht gesehen. Können wir noch mal einen Applaus für den Hubsi? Super! Oh, der ist der Wahnsinn. Michael, du musst sie bitte. Schau, wo du links stehst. Ratsch. Richtig. Der Bernd. Ratsch. 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 Ich glaube, dass ich da oben packen. Aber der Pferd war mutig. Ratsch. 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 Ja, ja, ja. High, 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 young guy Let's get out everybody High, 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 high and come everybody hoja Ia bamba leo oh ja Oh ja, ba bamba leo Musik 1, 2, 3, 2, 1 04, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Let's have a dance, man. So, wir schauen wieder hinaus zum Mohrenvollbogen. Die letzten Meter hier höher. Das müsste sein Mehmet Ahmed und Hülayim Hüsi. Schau, da kommt wieder ein Oktoberfestler. Das ist geil, das ist super, das ist mega. Spitze, ihr seid gewaltig. Einen riesen Applaus in Kürze. Beide. Riesen großen Applaus hier. Sanktioniert. Wir klatschen für den Mehmet. Einen riesen Applaus. Für diejenigen, willkommen! Hohooo! Sparta! Wer ist der Übergang, genauer. Ja. Aber der Übergang, genauer. Ja. Ich schlafe auf der Couch, in der Fernsehung ein Fahrtwort, ein Passwort. Heute, neben dir ungesundem Abend, Pizza und Samstag. Pizza, Fahrtwort. Du, wann ist eigentlich der nächste Spackgastrenner-Marathon? Weißt du das? Let's remember. Legislative. Lebsther. Lebsthernal! Lässt für einen Staubmelıyorum. Alles über alles oben. Großen Respekt vor allen Zugehörn, ihr seid wirklich jeansig. Wartet hier. Ihr seid immer nur wieder. Super! Ich wünsche Sie auch schon was für Sieger, dass du eine Grüne mehr nehmen wirst. Ja, dann haben Sie genug von mir und ein Grüße heim. Aber ein paar bleiben immer wieder. Vielen, vielen, vielen Dank. Wo ist er denn jetzt? Kickfit-Döde. Hat sich hier ausgetanzt? Er schwert es. Er wird klatschen. Oh, Finisher! Unglaublich! Sehr tensionell auf der anderen Seite in den Grünen. Kommt ein großartiger Sieger nach 6 Stunden. 31.30 Uhr. Die filmen sich sogar noch. Wir begrüßen in wenigen Augenblicken den nächsten Finisher bei uns. Du kennst den am Lauschwind. Vermutlich. Ja, den kennt man. Wer wirklich kennt, der kennt sich im Lauschwind nicht aus. Der lernt sie kennen. Unverkennbar. Aus den USA. Fidel Ayojo und Alexander Bassos. Welcome, guys! Alexander und Fidel, willkommen! You are so great! You are so, you are perfect! Let's play them a great song. Bobo! Give them a warm welcome! Einen großen Applaus für Fidel und Alexander! Bravo, 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 bravo! Sensational! Alexander! Vierer Kampersations! Oh, schau ihn rüber! Jetzt kommen sie rein! Die haben noch die Musik beraten! Schau, meine Gelander, er ist fertig da! Schau, meine Gelander, er ist fertig da! Schau, meine Gelander, er ist fertig da! Die nächsten Finisher sind auf dem Weg ins Ziel! Aus England! Alex Wilson und Bruce Wilson! Willkommen zu Brian in Britain! Willkommen zu Brian in Britain! Und jetzt presentieren wir die nächsten Einladen! Und so we say hello to Alex, and to Bruce! Will someone come here! Hohoooooo! Say something! Hey, hey, hey! 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 Alice! Alright, woo! Alex, Bruce, והle du. Who is with us? Woah! Da kommt der letzte Finisher. Robert Kümm kommt mit der letzten Finisher. Der letzte Finisher. Alle zu uns, alle her. Wir gehen raus und greifen. Wir spielen uns auf die Zielgerade. Wir spielen uns wie eine Champions. Der letzte Finisher des Sparkasse-Marathons. Schauen wir nach, wie der heißt. In Begleitung von OK-Chef Robert Kümm. Du Menscherträne. Wir klatschen nochmals zusammen. Für unseren letzten, für unseren Finisher. In der ersten Sparkasse. Keine Normale 2018. Martin Bezos. Casey McLean von Jugo. Alles. Wie heißt das? For the Saints. Welcome here. Casey. Hello. Hey. Happy New Year. We have the biggest thing. Welcome Casey. Ohhhh. Hoooooooo. Hoooooooooooo. Hooooooohhh. Hooooooohhh. Hooooooo. Casey Team McLean. Congratulations. Congratulations! Für Speed! Mehr an den Sternen! Und innen läuft es wieder mal! Ihr seid spitze, ihr seid ein rechter Hammer! Grüezi Jungs hier! Bei Helfen spitze! Danke allen Helfen dieses Sparkasse-Marathons auf Bodensee! Alle Teilnehmern! Von Roten Kreuz, die Helfen angefangen! Da kommt der Schlusswagen rein! Die Frau und Rosa und alle anderen! Herzlich Willkommen! Ihr wart großartig! Geht ihr nach Hause? Dankeschön, Rotes Kreuz! Wir hören auf dem Robert Kümpf ein Schlussstatement! Achtung, bobo und reise! Robert Kümpf, der Sparkasse-Marathons 2018 ist vorüber! Ist aufs Abbau! Wie geht's denn heute? Bei uns geht's gut und jetzt sagen wir euch den Danke, die es noch nicht bekommen haben! Ich glaube, sie sind uns alle dabei! Ich darf einen großen Applaus jetzt für den Mike und für den Markus! Herr Martin, die beiden haben einen jungen Job gemacht! Riesen Ausdauer bewiesen! Freut, dass ihr hier seid! Dankeschön, dass ihr euch geniebt! Martin, gratuliere! Wir haben den Marathon aufgeschafft! So eine super Wendel! Unglaublich! Wir sagen Danke an alle Helfer! Ja!